Der nächste Bitte, der Dünndarm, wiederum mit seiner energetischen Verkoppelung zum Herzen. Der Dünndarm, der Yang-Partner und das Herz, der Yin-Partner. Und wieder die Beziehung zur Schlüsselbeingrube, energetisch ein wirklich interessanter Ort. Der äußere Verlauf des Meridians beginnt am kleinen Finger an der Außenseite, zieht den Arm hoch, zickzackt über die Skapula, berührt den Prominenz, auch so ein energetisch wichtiger Verknüpfungspunkt, und zieht dann am Hals seitlich hoch ins Gesicht und zieht über den Jochbogen bis kurz vor das Ohr. Aus redefiniere Hilfe. Ausuję Bohusse Aus